hallo und herzlich willkommen zu guild wars 2 so letztes mal hier aufgehört und nach der rutsala ruckelt ein bisschen nach der letzte folge die so erfolgreich war versuchen wir diesmal ein bisschen was zu machen also etwas was läufst du hier zu süßwasser schild tatsächlich ein schild was war denn das ich bin ein beweger koch da sind jetzt piratentöter ich bin ein piratentöter so spukfeuer blöde krebs na das dauert jetzt ein bisschen oder so 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 oh oh stimmt doch du zwerg du juhu und ist das der der mich hier angreift so was sagst du jetzt dazu ha du 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 juhu so so upsala so den ja den haben wir gefunden den unentdeckte das war das aussichtspunkt so aua böse du jetzt bist boah und die tun hier schon die tun hier schon respawnen und ja so nein so komm her mein elementar greif sie an lass dich zu boah lass die piraten einfach sterben ja ich habe sie nicht beiseite geschafft meine aufgabe wird nur bestens entlohnt ich habe mir meinen anteil genommen sonst nicht welche aufgabe was meint ihr aufgaben die leuten die mir übertragen werden leuten die der käften mag nicht kanonen futter wie euch joo also die piraten scheinen untereinander auch nicht so ganz kann man denn hier befreien darf bewohner achso schon hey ne bombe aufheben so und ihr die bombe lassen lass die bombe und weg nein 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 Weg, 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 weg. Urgh. Urgh. Das war jetzt knapp. Das war jetzt total knapp. Aua. Lass das. So, schnell. Schnell wieder Leben aufladen. Habe ich mit meiner Bombe jetzt was erreicht? Könnte ich irgendetwas erreichen mit meiner Bombe? So. Na, komm schon. Komm schon. Komm schon. Na, siehst du. Pirat. Och, der hat mich wieder vergiftet. Wow. Hat dich denn nicht zerstört? Upsala. Na, da bin ich aber nachher auf den Fertigkeitspunkt gespannt. So, komm her. Bleib im Feuer. Ja. So. Hier von mir weg. Drei Balls aufheben. So. Könnte ich dir nicht umdrehen, irgendwie? Schade. So. Aua. Und so. Ja, bist du schnell tot. Ja, ja. Ja, ihr seht, so kann man aufhöhlen, langsam. Und die Betonung liegt auf langsam. Ja. So. Mein schöner Elementar rufen. Töte ihn. Töte ihn. So, mit meinen Elementar ist das natürlich alles ein bisschen einfacher. Denke ich. Happy Datin. Aua. Oh. Schnell weg. Aua. Gar nichts. Atmen. Oh nein! 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 Nein, nein, nein! Aua! Moment. Schnell weg. Aua. Hab ich's geschafft weg zurückkommen? Aua. Wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ja. Ich bin tot. Das war nicht so gut. Ich hätte es fast geschafft. So. Einzel zu nehmen ist wahrscheinlich viel einfacher. Das war ja vorhin drei Stück. Trotz Elementar war es doch ziemlich schwer. Komm her. So. Stürm. So. Der kleine Zwerge hier. Ja, für mich ist das immer noch ein kleines Werk. Ja. Stopp doch. So. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben... Wie heißt die? Jukie? Jukie? Ich springe ins Wasser. Platsch. Ein paar Rekuda möchte ich jetzt nicht unbedingt haben. Besonders die sind ja auch 31. Und ja. Also wenn es mehrere sind, wird es schon kritisch bei mir. Obwohl ich bin ja 10 Level drüber, ja? Also... Pah. Ich müsste das eigentlich... Hm. Ich müsste das eigentlich mit links schaffen. Und die rechte einfach in den Rücken lassen. Ja. Und mit der linke, da gehe ich noch dazu. Und das müsste ich dann trotzdem noch schaffen können. Ja. Jups. Ups. Hi. Du. Ja. Ich könnte von ihr hören, was ihr dort veranstaltet habt. Ihr habt es diesen räuligen Hunden mal so richtig gezeigt. Sollte ich jemals eine neue Mannschaft zusammenstellen, werde ich sicher bei euch anklopfen. Ne, lass das lieber. Äh. Ne. 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 Du. Äh. Äh. Brauchst du nicht. Alles in Ordnung. Löwengardist Wams. 76, 21 Kraft. Hm. Das ist nichts. Verteidigung 83, 23 Kraft. Tja. Es wäre wahrscheinlich besser, wenn ich... Ups. Ich wollte sagen, wenn ich die kaufe, aber... 8 Kraft und 12 Eilkraft. Ich glaube, ich sollte mal... Ich glaube, ich sollte mal ein paar Punkte ausgeben. Ich habe ja schon 9.966. Also... Und dann würde ich am liebsten die hier kaufen. Ja, also... Ja, also... Na komm. Ey. Was mache ich mit den ganzen Punkten? So. Verkauf ich die hier noch? Ich weiß, ich werde noch viele finden, die drüber sind. Und... So. Den lasse ich aber mal. Ja, das lasse ich mal. So. Schrott verkaufen. Das Schild verkaufen. Ist ja klar. Das Gewehr. Bis nächstes Mal. Ja, tschüss. So. So. Neue Gegenstände lagern. So. Held. So. Die tun wir natürlich ausrüsten. Oh. Das ist ja schon ein bisschen... Ja, so Schamane-mäßig. Magier. Zauberer. Ich weiß nicht, warum er... Ja, gut. Okay, die Präzision steigt. Und die Zustandsschaden ist höher. Aber sonst, der Rest ist nicht so... Äh... Medaille der Königin. Medaille der Königin. Wo ist denn die Medaille der Königin? Hier. So. Acht zur Kraft. Zwölf zur Heilkraft. So. Und damit alles nicht noch schlimmer wird... Verkaufe ich... Verkaufe ich einfach, damit ich nicht mehr... Hm. Ich hätte eigentlich auch... Das Ganze sparen können. Naja. Gut, okay. Verkaufen. Komisch. Die Dinger kann ich nicht verkaufen. Tja. Gut, okay. Jetzt versuche ich erst mal hier den... Den Punkt zu bekommen. Wenn ich dazu komme. Wenn ich dazu komme. So. Und tschüss. Tschüss. Oh, ich hasse die Barracudas. So. Und stirb. Stirb für mich. Fangts an. So. Kann ich da reinkommen? Da komme ich nicht rein. Okay. Ich sehe schon... Vielleicht wird es doch nichts mit... Da oben ist der. Stopp. 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 So. Und da habe ich so viel... Upsala. Versucht, Gold zu sparen oder Kupfer. Halt, sage ich. Sofort aufhören. Stopp. 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 Ja, schreibe mich nicht so an. Was hast du denn für ein Problem? Passt auf, Missgeburt. Ich bin eine Piratin. Eine Piratin bin ich. Das ist mein Schiff. Und der Preis, um an Bord kommen zu dürfen, ist Unterhaltung. Ihr könnt entweder die berühmten Piratenpolke tanzen. Oder falls ihr die nicht kennt, mit mir kämpfen. Und ich erteile euch eine Lektion in Kampfstil des Piraten. Was darf es sein? Ich glaube, ich kann die Piratenpolke ab. Das will ich sehen. Es gibt nicht viele, die das waren. In der Tat nicht. Es wäre mir eine Ehre zuzusehen, wie ihr es versucht. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Ich glaube, Piratenpolke. Ich glaube, sie geht so. Ja, los. Piratenpolke. Ahoi. 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 Ja, was ist denn los? Ja, also ich muss dann wahrscheinlich mit dir kämpfen. Komm nicht drumherum. So. Ahoi. So. So. Ich will den nur nicht runterfallen. Und Zustandsschaden noch dazu. So. So. Und schnell. Juhu. Ich bin kein ungeschliffener Rohpirat. Ich bin ein ungeschliffener Diamant vielleicht. Aber kein ungeschliffener Rohpirat. So. Post habe ich eigentlich bekommen. Ja. Von der Jokie. Das war fantastisch. Ich könnte das gezettete Piraten bisher erhören. Hätte ich selbst nicht besser gemacht. So. Jeder kleine Silber ist eine Bereicherung für mich. So. Upsalaam. Ja. Ich glaube, ich mache hier eine Aufnahmepause. Ja. Und das nächste Mal. Da sehe ich, wo ich hingehe. Wahrscheinlich. Hier hin. Oder dorthin. Und dann sehen wir mal, was da gibt. Oh ja. Vielleicht gibt es ja noch einiges. Okay. Das sehen wir aber dann erst in der nächsten Folge. Bis dorthin bedanke ich mich. Anständig. So. Jetzt anständig. Sieht ja schon gut aus. Jetzt hier mit so diesen Schultern. Weißen Schultern. Sieht schon ein bisschen mehr nach Magie aus. So. Okay. Also dann bis zur nächsten Folge. Und. Ciao. Ciao.